Und mit dieser ultra geilen Begrüßung Ich würde mal sagen, sind wir hier bei FIFA 16 Wenn man sich diesen Spieler anguckt, dann kann man doch nur sagen Oder hier, gucken wir mal, ob wir noch so ein Angebot haben Man, guckt euch mal die Elfter an Man, ey, Douglas Costa, ey Diese Aufstellung Okay, 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 wir starten einfach Wir starten einfach hier rein, das war jetzt ein bisschen sehr random Wir spielen heute gegen, äh, Gladbach Ne, gegen Köln, gegen Köln spielbar Gegen die Rualen von Gladbach Mit, äh, ja, Götze anstatt Bale Der hat ja im letzten Spiel Aus unerfindlichen Gründen rot gesehen Alter Ja, weil den Freistoß wollte ich jetzt Und den wird Douglas Costa höchstpersönlich schießen Alter, was Was für eine Drehung hat denn dieser Ball Ich hab nicht gerechnet, dass der so kommt Und dann geht der rein Dann geht der einfach rein Und Douglas Costa mit seinem elften Saisontor Und das allererste Tor in dieser Saison Per direktem Freistoß Und Costa ist jetzt, glaub ich, heiß, oder? Ach, Scheiße Der Trick nicht funktioniert Alaba, Vidal, Lewandowski Und das ist Thiago Alcantara Timo Horn Ecke kommt Ist noch heiß Götze Ne, mit links, das wird nichts Hauptstoß Hammer Thiago Götze Lewandowski Zum Torschütz Zum 1-0 zu Costa Alter Douglas Costa Haut hier den nächsten Hammer raus Was ist denn hier los Das gibt's nochmal in aller Pracht Douglas Costa Bäm Bäm Alter Geht der einfach rein An den Innenpfosten Wow You can't stop this Power From the beast Of the beasts Douglas Costa Zwölftes Saison Und Doppelpack In der ersten Hälfte Möglicherweise kriegt der sogar einen Lupenrein Hattrick hin Dafür müsste er jetzt aber noch einmal treffen Oder war der noch ein bisschen Zeit Lehmann ist zu Köln Ne, ist Quatsch Ist ja Wieder bei Köln Der hat nochmal bei St. Cauli gespielt Das ist und ich hab kurz dran gehört Aber der spielt ja wirklich bei Köln Ein bisschen langsames Spiel von Köln Ja Und meistens auch sehr abwehrlastig Vielleicht sind die gerade einfach auf Na ja Schadensersatz Aus So Da kann man sich sagen Wo hat hängen Lehmann Kölner bleiben jetzt hartnäckig Ballbesitz Ein Wurf Lehmann Lehmann Immer noch Lehmann Und Das war Ein Viertels Lahm Mit dem hohen Ball In Richtung Lewandowski Kommt aber nicht an Wolkowski Gegen Lewandowski Horn Sicher zu Sövansson Der zu Hector Kost hat doch gar nichts gemacht Jetzt Also bitte Wie lange war er nach vorne Ja Haben wir noch Götze Drüber Ja Das wird wohl nichts Mit dem Blumenreiten Hattrick Für Kost Aber es könnte ja noch Einen normalen Hattrick geben Beziehungsweise Ein Dreierpack Mit dem Kurt Flanke Und artistisch Gemacht Von Alaba Das muss man ihm lassen Thiago Lewandowski Und unten geht Douglas Kost 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 Willst du den Lupen Rennen Hattrick Willst du ihn Willst du ihn Wirklich Dann erkämpf ihn dir Kost 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 Wie hat er den Den drüber gesetzt Aus Drei Vier Metern Mit rechts Übers Tor Oh Mann Schade Und jetzt Haben die Kölner Platz Marcel Rüssel Gutes Tackling Nochmal gutes Tackling Kost 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 Kann er laufen Er hat Platz Und das Halbzeit Das heißt Lupenrein Hattrick Wird's nicht geben Trotzdem Super Spiel von unserer Nummer 11 Douglas Kost Jetzt sind die Kölner Jetzt sind die Kölner ein wenig offensiver eingestellt Und ob sich das nicht mal rechnen wird Das werden wir gleich sehen Oder vielleicht geht's ja auch auf Vogt Und Und das ist ja wohl mal ein Superball Von Alava Zu Lewandowski Lewandowski Horn Oh Gott Was war das denn für ein Versuch Da passt es von Lewandowski Richtung Kost Horn Und Benatia Thiago Alter Thiago Götze Hat den Ball abgenommen Und Das gibt Oh nein Wieder alles verletzt Ah ne Es geht wieder Okay Aber wir kriegen doch mal Eine gute Freistoßposition Und Haben wir da nicht einen Spezialisten Und zwar David Alava Alava Ah Okay Der Nächsten schießt Kostar Wieder Ah Schade Knapp Bisschen zu hoch Abysel zu hoch Thiago Hat wieder einen vernascht Lewandowski 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 Ne Wow Was ein Fehler Was war das denn für ein Abwehrbock Von Köln Das kannst du als Eigentor werten Das da Da spielt der uns einfach den Ball in den Fuß Und dann macht Thiago den natürlich rein Was für ein Bock der Kölner Oh ne Das kann dir nicht mehr in der Kreisliga passieren Das kannst du doch nicht machen in der Bundesliga Thiago Mit einem Naja Kann man das Seinfallzieher nennen Ich würde eher sagen Mit einem schönen Abschluss Naja Ich weiß ja jetzt nicht gerade wo die Kölner in der Tabelle stehen Aber ich glaube so machen sie es nicht leichter So machen sie es sich nicht leichter Und dann 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 Jetzt Jetzt Wo ist es Okay Ich glaube Ich glaube Ich gehe Oh Oh, beinahe wäre es erneut passiert. Ganz leise im Rhein-Energie-Stadion. Thiago. Ne, der ist zu steil gespielt. Oh, hätte Horn jetzt genau die falsche Ball getroffen. Hat zwar nach unten gepasst, dann hätten wir den gehabt. Jawohl, kein Foul. Das ist aber ein Foul. Egal. Egal. Ne, das war's. Damit. Prost. Kroos Horn. Flatterball. Gut pariert. Er kann es gar nicht fassen. Alaba. Aus dem Hintergrund. Wieder gehalten von Horn. Kostar. Ne. Lewandowski auch nicht. Kommt auch nicht vorbei. Vidal, Götze, ne. Was? Das war weitergespielt, das war ganz normal. Hätte es jetzt auch weiterlaufen lassen können, aber wirklich. Und das war's. Costa kriegt sein Hetzig nicht. Dafür gewinnen wir 3-0 in Köln. Und den Freistoß würde ich gerne mal sehen. Der passt einfach so genau. Geil. Gut. Dann war es das auch von diesem Part mit FIFA 16. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.